The Fort – Das Geheimnis eines Sommers Gelesen von Marius Clarin, Marco Eser, Sebastian Fitzner, Marcel Mann, Dirk Petrick und Nikolas Rathot Eine Produktion von Der Audio Verlag Kapitel 1 Evan Donelli Am Morgen nach dem großen Sturm hab ich Ricky am Hals. Ein Ast, so groß wie das Monster von Loch Ness, ist durch sein Schlafzimmerfenster geflogen. Also mussten ihn seine Eltern irgendwo abstellen, um in Ruhe alles zu reparieren. Während ich mich aus dem Bett und den T-Shirt und Shorts quäle, serviert Grandma ihm unten in der Küche bereits Frühstück. Ich setze mich auf die andere Seite des runden Tischs und sie stellt einen Teller vor mich hin. Zwei Scheiben Weißbrot mit ein bisschen Butter. Ungetoastet? frag ich genervt. Ein Stromausfall, antwortet Grandpa durch einen Schluck Orangensaft hindurch. Ich höre den Ärger in seinem Tonfall. Kein Strom bedeutet kein Kaffee. Ihr habt keine Vorstellung, was da draußen los ist. Baumstämme auf den Straßen, überall kaputte Gartenmöbel. Der Ast in meinem Schlafzimmer hat den kompletten Fensterrahmen herausgerissen, sagt Ricky. Er ist klein und schmächtig, mit riesigen Augen, die ihn immer super ernsthaft wirken lassen, egal was er sagt. Der Teppich ist durchnässt und überall liegt Glas. Ich schaue Grandma an. Wann kann er wieder nach Hause? Sie wirft mir ihren bösesten Blick zu. Der ist normalerweise reserviert für meinen älteren Bruder Luke. Mrs. Molina hat mich um diesen Gefallen gebeten. Wir freuen uns, dass Ricky hier ist. Grandma arbeitet für dieselbe Rechtsanwaltskanzlei wie Rickys Mutter. Grandma als Sekretärin und Mrs. Molina als Anwaltsassistentin oder so. Die Molinas sind neu in der Stadt und Grandma ist besonders nett zu ihnen, weil sie zu jedem besonders nett ist. Das ist irgendwie anstrengend, aber vermutlich sollte ich mich darüber nicht beschweren. Sie hat Luke und mich aufgenommen, als unsere Eltern den Entzug gemacht haben. Und wir durften bleiben, als sie danach nicht mehr wiedergekommen sind. Aber das ist auch etwas anderes. Wir sind Familie. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag hier bleiben, erklärt Ricky mir. Mom sagt, die Handwerker sind total überlastet. Halb Kanan hat zerstörte Fenster. Ich beiße ein Stück labrigen Toast ab und kaue, bis es zu einer geschmacklosen Masse in meinem Mund wird. Die eine gute Sache an Hurricane Leo, der unsere Stadt verwüstet hat, ist, dass wir schulfrei haben. Ich stürze meinen Saft herunter und stehe auf. Ich schaue mal, was die Jungs treiben. Gute Idee, Grandma nickt mir zu. Du kannst Ricky mitnehmen. Er will bestimmt mit seinen eigenen Freunden abhängen. Ich habe keine Freunde, gibt Ricky zu. Du meinst, du hast noch keine Freunde, verbessere ich ihn. Keine Sorge, du findest schon welche. Ein Tag wie dieser ist die perfekte Gelegenheit, um … Grandmas Blick bringt mich schlagartig zum Schweigen. Okay, sag mir, was ich machen soll, und ich tue es. Du weißt genau, was du machen sollst, antwortet sie und ihr Blick spricht Bände. Grandpa schaut mich mitfühlend an. Er weiß, wie ich mich fühle. Immerhin ist er mit Grandma seit über 40 Jahren verheiratet. Das ist eine lange Zeit unter der Oberbefehlshaberin. Als ich das Haus verlasse, ist Ricky Molina an meiner Seite. Was bin ich nur für ein Glückspilz. Grandpa hat nicht übertrieben, was den Zustand der Stadt angeht. Die Straßen sind ein Hindernisparcours aus herabgefallenen Ästen und Ziegeln, die von Dächern geweht wurden. Überall liegen Trümmer und Einsatzteams bewegen sich von Strohmast zu Strohmast, um die Versorgung wiederherzustellen. Allein in unserem Block wurden drei große Bäume komplett entwurzelt und haben ganze Betonstücke aus dem Bordstein gerissen. Die gesamte Rückseite von Grandmas und Grandpas Haus ist lila vom Beschuss fliegender Blaubeeren. Die zerquetschten Früchte riechen so intensiv, als hätte jemand einen Kuchen im Ofen. Ricky verzieht das Gesicht. Ekelhaft! Ich wollte gerade genau dasselbe sagen, aber es von Ricky zu hören, klingt wie eine Beleidigung gegen das Haus meiner Großeltern und Blaubeeren im Allgemeinen, die ab jetzt offiziell mein Lieblingsobst sind. Es könnte schlimmer sein, sage ich. Wir hätten im Bett von einem riesigen Ast überrascht werden können, der durchs Fenster fiel. Er zuckt mit den Schultern. Er hat mich nicht getroffen. Ich habe mich nur ein bisschen am Glas geschnitten. Eigentlich habe ich nichts gegen Ricky. Er ist kein völlig Fremder, sondern sitzt sogar in ein paar Fächern mit mir im Unterricht, auch wenn er ein bisschen jünger ist. Keine Ahnung, wie das kommt. Aber in einer Stadt wie Canaan kennt man seine Leute seit dem Kindergarten. Das ist eine Menge gemeinsame Geschichte im Vergleich zu irgendeinem Typen, der in der ersten Woche der achten Klasse auftaucht. Er wird bestimmt Freunde finden, aber ich werde keiner davon sein. Ich führe ihn die Peacock Avenue entlang und wir schlängeln uns durch die Äste und Trümmer auf dem Bürgersteig. Manches, über das wir drübersteigen, ist ganz schön abgefahren. Ein Wetterhahn, ein zertrümmertes Dachfenster, eine Babywiege, ein verrosteter Grill. Ich bücke mich, hebe die obere Hälfte eines Bikinis hoch und frage, wie ist das hier hingekommen? Ricky zuckt mit den Schultern. Jemand hat die Wäsche aufgehängt und es wurde weggeblasen. Die untere Hälfte ist bestimmt unterwegs zu den Bermudas. Eher nach Kanada, sinniere ich, während ich an den Verlauf des Hurricanes denke, den ich im Fernsehen gesehen habe. Mitchell Worth und CJ Schuto warten an unserem Treffpunkt am Weg, der in den Wald führt. Der drahtige, schwarzhaarige CJ berichtet gerade von dem genauen Ablauf seines neuesten Todesbezwingers, einer Skateboardfahrt auf dem Geländer der Treppe vor der Stadtbibliothek von Canaan. Ich rutsche da also entlang. Wind bläst mir durchs Gesicht. Da kommt diese alte Dame die Treppe hoch und klammert sich an das Geländer, als ging es um Leben und Tod. Ich kann sie ja nicht einfach umhören, oder? Also springe ich über sie und es klappt. Fast. Wenn er eine Geschichte erzählt, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus. Der blonde Mitchell untersucht den schorfigen Kratzer auf CJs rechter Gesichtshälfte. Hat es wehgetan? Er will mehr Details. Mitchell will immer mehr Details. Vor allem, wenn sie blutig sind. Nein, natürlich nicht, faucht CJ sarkastisch. Das war wie eine Landung auf einem Daunenbett. Er dreht sich zu mir und runzelt die Stirn, als er sieht, wer mich begleitet. Was ist mit dem? Ihr kennt Ricky ja aus der Schule, erkläre ich. Seine Mom arbeitet mit meiner Grandma. Ja, aber was macht er hier? Hakt Mitchell nach. Er starrt Ricky an, als wäre dieser ein exotisches Insekt oder sowas. Mitchell leidet unter Zwangsstörungen. Die können sich unterschiedlich äußern. In Mitchells Fall bedeutet es, dass er nicht die besten zwischenmenschlichen Umgangsformen hat. Unter anderem. Komm ich zu spät? Die Stimme kommt von weiter weg, aber sie wirkt wie ein Donnerschlag. Jason Brex, groß und athletisch, kommt herangefahren, vorn übergebeugt über den Lenker seines silbernen Rennrads. Sorry, ich bin diese Woche bei Dad und musste ihm helfen, die Küche zu wischen. Wir haben das Fenster letzte Nacht aufgelassen, weil uns das Chili angebrannt ist. Der Rauch ist rausgegangen, aber der Hurricane rein. Alles an Jason ist überdimensioniert. Seine Stimme, seine strubbelige, braune Mähne. Sogar seine Schultern sind breiter und erwachsener als die von uns anderen. Er verstummt, als er Ricky neben uns entdeckt. Der Hurricane ist auch durch mein Haus gewütet, erzählt Ricky. Ein großer Ast ist durch mein Schlafzimmerfenster geflogen. Ich habe Ricky mitgebracht, gebe ich zu. Er ist dabei, solange seine Eltern sein Zimmer in Ordnung bringen. Aber Evan, protestiert Jason, wir gehen zum … Du weißt schon, es soll doch ein Geheimnis bleiben, oder? Ich kann Geheimnisse für mich behalten, verspricht Ricky. Kannst du nicht, weil es nicht dein Geheimnis ist, widerspricht Mitchell mit seiner gewohnt stimmigen Logik. Ich seufze. Ich fürchte, unser Geheimnis liegt überall im Wald verteilt. Schaut euch doch um. Die ganze Stadt ist ein Trümmerfeld. Stellt euch vor, was der Sturm mit ein paar Zeltplänen gemacht hat. Vielleicht haben die Bäume es beschützt, wirft Jason hoffnungsvoll ein. Was beschützt? Fragt Ricky. Das wüsstest du wohl gerne, was? Faucht Mitchell. Ich bin nun wirklich nicht der größte Ricky-Fan, aber das hier wird langsam zu einem großen Streit über absolut gar nichts. Wir haben ein Vor im Wald gebaut. Ein geheimes Vor, verbessert mich Mitchell in eindringlichem Ton, als ob er mich aufhalten will. Und da gehen wir gerade hin, vollende ich meinen Satz, um zu sehen, ob es noch steht. Auf keinen Fall, prophezeit CJ betroffen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, entscheidet Ricky. Lasst uns nachsehen. Der Protest der anderen wird vom Dröhnen eines Motors übertönt. Noch lauter ist nur der hämmernde Bass aus der Musikanlage des zerbeulten Cabrios. Der feuerrote Mustang brettert die Straße herunter, schwenkt zur Seite, um einer Satellitenschüssel auszuweichen, und kommt quietschend vor uns zum Stehen. Morgen, Loser, begrüßt uns mein Bruder Luke vom Beifahrersitz. Ein paar der Jungs grüßen zurück, aber niemand beachtet den Fahrer des Autos, den neuen, besten Freund meines Bruders. Jäger Devlin. Meine Herren, grüßt uns Jäger auf seine schmierige Art. Sein Lächeln versprüht falschen Charme. Niemand antwortet, außer Ricky, der ein Schüchternes »Hey« hervorbringt. Ricky ist neu in der Stadt und hat vermutlich noch nicht von Jäger gehört. Der Typ sollte ein Schild tragen, das vor Gesundheitsrisiken warnt. Ich wünschte, mein Bruder würde sich von ihm fernhalten, aber das kann ich ihm niemals ins Gesicht sagen. Wir hatten mal ein enges Verhältnis, wir hatten aber auch keine andere Wahl. Als unsere Eltern vom Weg abkamen und unsere Familie kaputtging, hatten wir nur noch uns. Aber seit Jäger im Spiel ist, benimmt sich Luke wie ein richtiges Arschloch. Ich bin nicht mehr gern in seiner Nähe. Am meisten macht mir der Ausdruck in seinen Augen Angst, ein bisschen verrückt, ein bisschen gehetzt, aber auch abwesend, als wäre niemand zu Hause. Unsere Eltern haben genauso geguckt, bevor sie die Kontrolle verloren und uns verließen. Wenn das mit Luke passiert, weiß ich nicht, ob ich das verkrafte. Deshalb hasse ich Jäger. Grund Nummer 17. Es gibt jede Menge Gründe, Jäger zu hassen. »Was ist da im Wald?« fragt Jäger. »Nichts«, stammelt Mitchell. »Warum denkst du, wir würden in den Wald gehen?« Ohne seinen gelangweilten Blick zu verändern, nickt Jäger in Rickys Richtung, der ein paar Meter vor uns steht, offensichtlich auf dem Weg in den Wald. »Ich will die entwurzelten Bäume sehen,« antwortet Ricky ohne zu zögern. »Es muss irre sein, ein irres Durcheinander an Wurzelwerk.« Luke verzieht das Gesicht. »Klingt lahm. In der Stadt gibt's genug Zerstörung. Das schauen wir uns an.« Übersetzung. »Sie schauen hinter zerstörte Türen, fehlende Fensterscheiben und zerbrochene Türschlösser, auf der Suche nach Dingen, die sie stehlen können.« Jäger ist ein großer Fan des Fünffinger-Rabatz. Und in letzter Zeit findet mein Bruder ja alles großartig, was Jäger macht. »Bis später, meine Herren.« Jäger legt den Gang des Mustangs ein und fährt ein Stück nach vorne, sodass der Doppelauspuff in unsere Richtung zeigt. Dann lässt er den Motor so sehr aufheulen, dass eine dichte, graue Abgaswolke uns alle zum Husten zwingt. Endlich fahren sie über die Straße davon. Die noch erkennbare Hälfte von CJs geschwollenem Gesicht wirft mir einen mitleidigen Blick zu. »Alter, ich weiß, dass er dein Bruder ist, aber was für ein Arsch!« »Ja«, fügt Mitchell hinzu und streicht über sein T-Shirt, als könnte er den Rauch abwischen. »Was wirst du tun?« »Lasst uns einfach unser Vor finden«, murmele ich und folge Ricky den Weg entlang. Ich weiß aus niederschmetternder Erfahrung, dass man nichts tun kann, wenn jemand, der einem nahe steht, richtig Scheiße baut. Luke weiß das auch. Er war genau wie ich dabei, als es passiert ist. Es ist mega unfair, dass Ricky mit zu unserem Vor darf. Das eigentlich geheim sein soll, es aber nicht mehr ist, weil Ricky davon weiß. Ich bin nicht der Einzige, der es nicht gut findet, dass wir eine Klette mit hier hinnehmen. »Mal im Ernst, ich habe euch hundertmal gefragt, ob ich Janelle vom Vor erzählen darf. Und ihr habt Nein gesagt«, ermahnt Jason uns alle, während wir den Weg durch den Wald entlang gehen. »Warum ist es dann für diesen Typen okay?« »Nichts gegen dich, Ricky«. Evan, nach Jason, der zweitgrößte von uns, duckt sich unter einem niedrig hängenden, abgebrochenen Ast hindurch. »Vorregeln. Keine Mädchen.« »Es gibt keine Vorregeln«, beschwert sich Jason. »Wir haben das Ding erst vor drei Tagen gebaut.« »Wer ist Janelle?«, fragt Ricky. »Romeo hat eine Freundin«, säuselt CJ. Ricky runzelt die Stirn. »Kenne ich nicht. Geht sie auf unsere Schule?« Jason wird ein bisschen rot. »Sie ist in der siebten Klasse.« »Was völlig okay ist.« Seine laute Stimme wird noch ein bisschen lauter. »Mädchen werden schneller erwachsen.« »Ich bin eigentlich auch in der siebten Klasse«, gibt Ricky zu. »Sie haben mich in die achte geschoben, als wir nach Kanan gezogen sind, weil ich vorher auf eine spezielle Magnetschule für Hochbegabte gegangen bin.« »Du hast einen Übersprung?« Ich kann es nicht fassen und meine Stimme nimmt einen schrillen Ton an. »Das heißt, du überspringst einfach ein ganzes Schuljahr, als wäre es überhaupt nicht da?« CJ versucht, einen Arm um mich zu legen. »Ganz ruhig, Mann.« Doch ich schüttle ihn ab. Ich kann nicht ruhig bleiben, wenn es um Schule geht. Die Hauptfolter meines Lebens. Ich muss mich durch die Sonderklasse quälen. Und dieser neue Typ kommt einfach aus dem Nichts und kriegt einen Freifahrtschein für ein ganzes Schuljahr? »Nur weil kein Mittel eine normale Schule ist,« erklärt Ricky. »In Freeport gibt es noch eine Magnetschule. Wenn ich da reinkomme, muss ich wieder in die siebte Klasse.« Alle bleiben stehen und man spürt den Stimmungswechsel im Wald. »Es ist, als hätte Ricky unsere Schule als dumm bezeichnet. Was bedeutet, dass wir dumm sind, weil wir dorthin gehen?« »Ich bin der einzige Dumme.« »Und ich habe eine Entschuldigung.« »Ich habe Zwangsstörungen und Lernschwierigkeiten.« »Also bin ich eigentlich auch nicht dumm.« »Leute dumm zu nennen, ist dumm.« »Uncool, Mann,« weist CJ Ricky zurecht. »Du musstest uns ja nicht gleich unter die Nase reiben.« »Es ist nicht unsere Schuld, dass deine Eltern mit dir aus Magnetdorf nach Dummhausen gezogen sind.« »Das habe ich nicht gesagt,« rudert Ricky zurück. »Ich bin auf eine Magnetschule gegangen und möchte auch wieder auf eine. Ist das ein Verbrechen?« »Wenn es noch keins ist, sollte es eins werden.« »Ich kann nicht fassen, dass Evans' Grandma uns zwingt, mit diesem idiotischen Magnetschädel abzuhängen.« »Allerdings ist Evans' Grandma die furchteinflößendste Person, die ich je getroffen habe.« »Eben Jäger natürlich.« Wir laufen weiter und niemand bringt Ricky um. Vermutlich heißt das, dass die anderen ihm verziehen haben, so eingebildet zu sein. Ich allerdings nicht. Als wir tiefer in den Wald laufen, streife ich mit dem Ellenbogen die Rinde von genau jedem siebten Baum, denn sieben ist meine Glückszahl. Keiner von den anderen macht so etwas. Das sind die Zwangsstörungen. Dr. Breckenridge sagt, es sei meine Art, Teile meines Lebens zu kontrollieren, um einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass das bei den wichtigen Dingen nicht geht. Zum Beispiel Sonderklassen besuchen zu müssen oder dass Mom ihren Job in der Della Craft Autoteilefabrik verloren hat. Ich kann es nicht ändern, dass sie nun drei Jobs statt einem hat. Also bin ich geradezu besessen von den Dingen, die ich kontrollieren kann. Zum Beispiel, welche Bäume ich mit dem Ellenbogen streife oder welches Lied ich dabei summe. Falls Dr. Breckenridge überhaupt weiß, wovon er spricht, wahrscheinlich er nicht. Ich gehe nicht mehr zu ihm. Nicht, weil Dr. Breckenridge ein schlechter Psychiater ist, sondern weil Mom ihre Krankenversicherung verloren hat, als sie in der Fabrik entlassen wurde. Wir können uns das also nicht mehr leisten. Ich finde es ziemlich beschissen von Dr. Breckenridge, mich wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Aber Mom sagt, niemand solle arbeiten, ohne bezahlt zu werden. Also muss ich wohl mit meinen Problemen alleine klarkommen. Keine große Sache. Die Zwangsstörungen fühlen sich nicht mehr wie Störungen an. Sie sind ein Teil von mir. Aber ich hasse die Sonderklassen, aus denen ich mich schon fast herausgearbeitet hatte. Ich habe gehört, dass manchmal alte russische Raumkapseln aus der Erdumlaufbahn geraten und auf Dinge am Boden knallen. Hoffentlich fällt eine davon auf Dr. Breckenridge's Kräutergarten, den er so sehr liebt. Fünf, sechs, sieben, bap. Wie es aussieht, hatte Dr. Breckenridge nicht mal mit der Kontrollsache recht. Je weiter wir in den Wald hineingingen, desto mehr Sturmschäden werden sichtbar. Was soll ich mit den Bäumen machen, die vom Wind umgebogen wurden oder ganz umgefallen sind? Zähle ich die mit oder nicht? Das ist wichtig, denn wenn ich einen Fehler mache, war alles umsonst. Ich treffe den nächsten Baumstamm zu hart und kratze mir den Ellenbogen auf. Es tut nicht besonders weh, aber jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich mich frage, ob meine Tetanus-Impfung noch wirkt. Ich kann den Notruf nicht wählen, weil mein Smartphone kaputt ist und wir uns nicht leisten können, es zu reparieren. Einer von den Jungs würde mich bestimmt seins benutzen lassen. Außer Ricky. Aber seins würde ich sowieso nicht wollen. Da sterbe ich lieber an Tetanus. Keine Ahnung, was Tetanus eigentlich ist, aber es klingt gefährlich. Wir sind da, sagt Evan und alle bleiben stehen. Ricky blickt sich um. Ich sehe keinen vor. Evan zeigt auf den Baumstumpf eines uralten Ahorns. Er hat keine Rinde mehr und das tote Holz im Inneren wird von einer Armee aus Termiten ausgehöhlt. Von hier aus halten wir uns links und gehen 26 Schritte vom Hauptweg weg. Das nervt mich. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Es können 25 oder 27 sein, aber niemals 26. Ricky ist sichtlich verwirrt. Was stimmt mit 26 nicht? Das ist nicht sein Ernst. Haben sie dir in deiner ach so tollen Schule gar nichts beigebracht? 26 ist zweimal 13. Die unglücklichste Zahl. Er starrt mich an. Du hast Tris-Kaidecker-Phobie. Hab ich nicht. Ich hab Zwangsstörungen. Tris-Kaidecker-Phobie bedeutet, dass du Angst vor der Nummer 13 hast, erklärt er. Ich habe keine Angst davor, erwidere ich scharf. Ich respektiere sie, weil ich weiß, dass sie mich umbringen kann. Wie wär's hiermit? Schlägt CJ vor. Ich laufe 25 Schritte, Evan läuft 27 und das Vorher sollte dann zwischen uns sein. So tun als ob funktioniert nicht, murre ich. Wir wissen alle, dass es 26 sind, also ist es immer noch schlecht. Wir verlassen den Weg und kämpfen uns durchs Unterholz. Ich versuche so angestrengt, nicht die Schritte zu zählen, dass ich quasi einen Stepptanz aufführe. Die Jungs sind an mich gewöhnt, aber Ricky nicht. Er blickt mich an, als wäre ich ein Clown. Das bin ich aber nicht. Viele Leute haben Zwangsstörungen. Auch Erwachsene, nicht nur Kinder. Vielleicht prallt die russische Raumkapsel von Dr. Breckenrichs Kräutergarten ab und landet auf Ricky. Nicht zu zählen ist fast unmöglich für jemanden wie mich. Daher bin ich schon fast bei 150, als Jason stöhnt. Oh, unser Vor, fügt Evan mit echtem Schmerz in der Stimme hinzu. Der Ort war perfekt. Eine u-förmige Nische im Felsen, groß genug für alle vier von uns. Wir hatten das Dach aus alten Duschvorhängen aus CJs Haus gebaut. Ein bisschen modrig, aber absolut wasserfest. Die hatten wir mit Schienennägeln am Felsen befestigt und vorne an zwei dürre Bäume gebunden, die wie zwei Säulen unseren Haupteingang umfassten. Die Wände bestanden aus einem Stück Sperrholz auf der linken und einem alten Zutritt-Verbotenschild auf der rechten Seite. So sah es zumindest mal aus. Jetzt nicht mehr. Eigentlich sieht es nach gar nichts mehr aus. Die Felsformation ist noch da. Die Steine, die wir als Sitzplätze reingelegt haben, sind durch den Regen im Matsch versunken. Die Wände und das Dach sind weg, vom Wind davon geblasen. Ein paar Stücke des Zutritt-Verbotenschilds, jeweils so groß wie eine Briefmarke, liegen verteilt am Fuß einer nahegelegenen Ulme. Streifen zerfetzten, Duschvorhangsflattern in zehn Meter Höhe von Ästen. Das ist alles, was von unserem Fohr übrig ist. Ich hab euch gewarnt, sage ich ihnen bedauernd. Sechundzwanzig Schritte konnten nur nach hinten losgehen. Und jetzt ist unser Fohr im Arsch. Jason zuckt mit den Schultern. Wir können es wieder aufbauen. Ihr wisst schon, ein paar neue Duschvorhänge. CJ schüttelt den Kopf. Leider nein. Seit Mom und Marcus das Bad neu gemacht haben, gibt es Glastüren. Evan seufzt. Wozu auch? Es würde beim nächsten Sturm wieder wegfliegen. Oder von einer russischen Raumkapsel zerquetscht werden, füge ich gegen meinen eigenen Willen hinzu. Wenn ich einmal etwas im Kopf habe, werde ich es nur schwer wieder los. Vergesst es, entscheidet CJ. Das ist kein Fohr mehr. Hey, ruft Ricky. Schaut euch das an! In all der Trauer über unser zerstörtes Fohr hat keiner von uns gemerkt, dass Ricky ein Stück weiter gegangen ist. Das liegt daran, dass es nicht seine Trauer ist, nicht sein Fohr. Aber okay, es ist das Fohr von niemandem mehr. Jetzt steht unser ungewollter Gast auf jeden Fall ein paar Meter hinter uns, wo vorher wahrscheinlich eine Lichtung war, die jetzt von Unterholz bedeckt ist. Er tritt mit dem Absatz seiner Sneaker gegen etwas im Boden. Dann lässt er sich auf die Knie fallen und gräbt mit den Händen weiter. Was für ein komischer Typ. Evan ist als erster bei ihm. Hör auf, Ricky! Wenn du von Matsch überzogen zurückkommst, wird Grandma mir die Schuld geben. Er blickt auf die Stelle, an der Ricky gräbt und geht neben ihm in die Hocke. Plötzlich scharren beide gemeinsam im Dreck. Kommt her, Leute! ruft Evan. Er hat was gefunden! Ich bin mit dem Zähnen völlig durcheinander geraten. Also habe ich keine Ahnung, ob wir Glück oder Pech haben. bei mir dieses Spiel, in der Tür ist, auf der Tür ist. aber ich bin mit der Tür, der auch mit der Tür ist. Na ich bin mit der Tür, in der Tür ist. Vielen Dank.